72 Milliarden Verlust in nur zwei Jahren. Gesamtschulden von umgerechnet 300 Milliarden Euro. Der größte chinesische Immobilienkonzern Evergrande kippt und musste nun gläubiger Schutz und Insolvenz beantragen. Wir sehen, dass die Immobilienkrise nun dunkelgraue Wolken und ein Gewitter über den Immobilien- und Investmenthimmel bringt. Dass die chinesische Immobilienwirtschaft dadurch in die Knie gezwungen werden kann und sogar der zweitgrößte Immobilienentwickler ebenfalls in einer ähnlichen Lage steht. Wie sich das auf die deutschen Immobilien, den deutschen Finanzsektor und die Weltwirtschaft auswirkt, darüber spreche ich im heutigen Video. Eines sei gesagt, wir Deutsche sind direkt betroffen, auch wenn wir das Gefühl haben, China ist weit genug weg. Mein Name ist Dominik Kettner und was wir uns in diesem Video anschauen, ist in meinen Augen die wohl gefährlichste Krise seit 2008, seit Lehman. Denn Chinas Wohnungsbau und Giganten wanken, wie wir in diesem Artikel sehen können, hat Chinas Evergrande Antrag auf Gläubiger Schutz in den USA gestellt. Binnen zwei Jahren hat Evergrande umgerechnet 72 Milliarden Euro Verlust gemacht. Die Schwierigkeiten kommen mitten in einer ganzen Reihe von schlechten Nachrichten aus China. Dazu in diesem Video mehr. Wir schauen uns auch an, wie ihr diese Situation sogar nutzen könnt und wie ihr davon profitieren könnt. Allerdings sehen diese Perspektive wohl die wenigsten, die nun wieder mal in Angst und Starre stecken bleiben. Denn einer der größten Immobilienentwickler der Welt, der nun zu kippen droht und der nun in die Insolvenz geht, hat tatsächlich in China Insolvenz angemeldet. Das, was vor einigen Monaten von den Medien dann wieder für erledigt und für begraben erklärt wurde, wird nun Realität. Darüber habe ich in diesem Video auch schon ausführlich gesprochen. Also unsere Zuschauer hatten wieder mal ein Frühwarnsystem. Dass Evergrande in den USA Insolvenz und Gläubigerschutz beantragte, liegt vor allem daran, weil viele Investoren aus den USA in China investiert sind. Und die Konsequenz, die wir dadurch alle sehen werden, ist, dass die Auswirkungen einer schwächelnden chinesischen Wirtschaft, die durch diesen Ausfall und einen möglichen weiteren Ausfall sogar in die Knie gezwungen werden kann, werden wir als wichtigste Handelspartner Chinas massiv spüren. Ich werde über die Hintergründe dieser drohenden Immobilienblase, die gerade platzt, und den ersten Schlag haben wir heute gehört mit dem Insolvenzantrag und dem Gläubigerschutz des Immobilienkonzerns Evergrande, dass diese Blase platzt, ist aber auch eine Chance. Und diese Chance, die sehen die wenigsten Menschen. Über diese Chance möchte ich sprechen, auch am 23. August, und zwar in der Kettner Gold Night um 19 Uhr. Wir werden dort verschiedene geopolitische wichtige Themen behandeln, unter anderem auch die Rolle Chinas in der neuen Gold-Handelswährung, die übrigens am 22. und 23. August entschieden wird. Deswegen umso wichtiger, dass ihr dabei seid. Wir werden auch Gold im Wert von 2.000 Euro verlosen. Meldet euch gerne zu Gold Night an, diesem Event, das ihr nicht verpassen sollt. Schauen wir aber mal auf den benachbarten Konzern, und zwar den zweitgrößten chinesischen Immobilienkonzern Country Garden, die zuletzt ihre Kreditzinsen nicht bedienen konnten und der Aktienkurs dadurch einbrach. Hier einmal der Aktienkurs von Country Garden, und zwar man sieht eine ähnliche Entwicklung, wie wir es bei den Großbanken sehen. Und zwar gab es einen massiven Einbruch, und zwar sind es 83 Prozent seit dem Jahr 2007 im Rückgang. Speziell wenn man das Ganze mal auf fünf Jahre beleuchtet, sieht man, wie sehr dieser Konzern in den Abgrund getrieben wird. Und das Schreckensgespenst der Immobilienkrise, das wir aus dem Jahr 2008 aus den USA durch Lehman ausgelöst kommen sahen, kommt nun aus einer anderen Richtung, und zwar aus dem Osten. Und dass der chinesische Immobilienmarkt noch deutlich markanter und größer ist, liegt nicht nur daran, dass diese Konzerne sehr viele Chinesen bedienen, die nun ihr Vermögen verlieren könnten, sondern dass dort vor allem viele ausländische Investoren einen Wachstumsmarkt gesehen haben. Und wenn nur in wenigen Tagen einige Warnungen einer Pleite des chinesischen Immobiliengiganten Country Garden nach außen gegeben werden und das dann dazu führt, dass immer weiter die Aktie abstürzt bis zum Punkt, dass zufälligerweise die Zinszahlungen in Millionenhöhe für Kredite nicht mehr geleistet werden können, dann zeigt das auch, dass das wirklich gerechtfertigt der tiefste Aktienstand seit November 2022 ist. Wir bewegen uns also in eine Megakrise, in eine Schuldenkrise, wie wir sie uns so nicht vorstellen konnten, nachdem Lehman für die meisten erledigt ist. Schauen wir uns auch mal die Aktie hier in dem Fall von dem größten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande an und wir erkennen hierbei schnell, dass das Ganze nicht mehr zu retten ist. Mit 2,4 Billionen Yuan, heißt es im Handelsblattartikel, umgerechnet 300 Milliarden Euro, verschuldete sich das Unternehmen. Das ist das meistverschuldete oder das größtverschuldetste Unternehmen am chinesischen Aktienhimmel. Und man ist derzeit so stark in Schieflage, dass es vor allem darum geht, dass jetzt die chinesische Regierung nach außen ihr Gesicht wahren kann. Denn die Schulden in 300 Milliarden Höhe können selbst von der chinesischen Regierung nicht ohne weiteres aufgefangen werden. Keine Immobilienfirma weltweit hat mehr Schulden. Und Country Garden, also der zweitgrößte Konzern, hat eine Verschuldung von 150 Milliarden, wie es in diesem Artikel heißt. Allerdings ist das Spannende daran, trotz dass Evergrande viel größer ist, dass Country Garden, also der zweitgrößte Immobilienkonzern, viermal so viele Projekte wie Evergrande betrieben hat. Wenn also Country Garden ausfällt, wäre das wirklich der Supergau für den Immobilienmarkt und das zeitgleich. Man hat die Krise kommen sehen, aber man möchte die Insolvenz nun geordnet abwickeln. Ob sich allerdings in dieser Größenordnung von mehreren hunderten Milliarden eine Insolvenz geordnet abwickeln lässt, daran habe ich meine Zweifel. Die Auswirkungen sehen wir bereits auch auf unsere Finanzbranche, auch hier in Deutschland. Dazu kommen wir aber gleich. Schauen wir uns aber zuerst einmal an, was in diesem Artikel des Handelsblatts, der sogenannte Chong-Rong International Trust, also einer der größten Anbieter von Treuhandfonds, seit Ende Juli tut, wenn man verweigert die Rückzahlungen auf zahlreiche seiner Produkte oder setzt diese zumindest aus. Das heißt, die Investoren kommen nicht mehr in ihr Geld und können das nicht mehr abziehen, wie wir es auch gesehen haben zum Schutz der UBS, dass der Aktienhandel kurzzeitig ausgesetzt wurde und bei zahlreichen anderen Banken, die dann pleite gingen. Gegenüber den Investoren heißt es allerdings in diesem Artikel, und da muss ich mich wirklich wegschmeißen, man spricht von kurzfristigen Liquiditätsschwierigkeiten. Ich bin besonders besorgt darüber, dass auch die deutschen Medien sehr, sehr harmlos über diese Krise berichten, denn vielleicht brennt es bei uns deutlich mehr, als man uns sagen möchte. Und genau das ist eben meine Vermutung, denn sonst würden sich die Medien natürlich auf dieses gefundene Fressen stürzen. Dass aber die Politik womöglich ihre Hand drüber hält, dass die deutschen Immobilieninvestoren eben ruhig bleiben, ist hier durchaus wahrscheinlich. Chinas Staatsführung, und das ist das besonders Spannende, wird momentan extrem unruhig, denn Chinas Staatsbanken verkaufen offenbar die Dollars zur Stützung des Juans. Also man gibt seine Dollarreserven, seine Staatsanleihen derzeit ab oder verkauft große Teile davon, um den Juans zu stützen, stürzt damit aber auch den Dollar wiederum in einen Desaster. Das ist eine massive Katastrophe auch für uns Deutsche. Und das ist es, worüber ich mit euch sprechen möchte, denn die meisten können sich nicht vorstellen, dass der chinesische Immobilienmarkt Auswirkungen auf uns alle hat. Und mit der steigenden Arbeitslosenquote in Deutschland und den sinkenden Reallöhnen wird die Investitionslaune von vielen Menschen ohnehin getrübt, aber auch internationale Investoren sind immer zurückhaltender, denn die Folgen einer Immobilienkrise in dieser Größenordnung würden sich eben genau auch auf einen ohnehin angeschlagenen deutschen Markt auswirken. Wir befinden uns eben in einer Rezession. Viele Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Auch darüber wird nicht ausgiebig gesprochen. Und Dr. Wan Sin Liu vom Kieler Institut für Weltwirtschaft warnt hier in diesem Artikel auch ausgiebig. Und zwar sagt er, Umsatzverluste für deutsche Exportonternehmen würden drohen. Wer in China produziert, heißt es zudem, bekommt noch mehr Billigkonkurrenz. Und das deutsche Wirtschaftswachstum würde noch mehr ins Minus laufen. Also das heißt, die Rezession würde noch schneller nach unten gedrückt, sollte diese Krise tatsächlich zu uns kommen. Und ich bin stark überzeugt davon, dass dies der Fall ist. Denn wenn wir uns mal die deutsche Immobilienlandschaft anschauen, dann gerät die Immobilienbranche auch schon ohne den chinesischen Markt extrem unter Druck. Zahlreiche Experten waren nämlich vor einer Pleitewelle, wie es in diesem Artikel heißt, bei den Projektentwicklern. Das Handelsblatt ebenfalls greift das Thema auf und warnt eben vor dieser Pleitewelle bei den deutschen Immobilienentwicklern innerhalb weniger Wochen. Das muss man sich mal genau auf der Zunge zergehen lassen. Meldeten fünf Bauträger Konkurs an. Gerade der erste schwäbische große Bauträger, Paulus Wohnbau, auch hier zu bedauern, dass hier wieder zahlreiche Arbeitsplätze verloren gehen. In diesem Jahr wurden dort als Begründung, das muss man sich mal anhören, nur drei Wohnungen verkauft. Zum Vergleich, zum Vorjahreszeitpunkt 2022 waren das Ganze 65 Wohnungen und einen derart harten Rückgang und Rückschlag kann wohl kaum einer dieser Immobilienbranche verkraften. Gerade eine kapitalintensive Branche bei steigenden Zinsen, das kommt ja auch noch dazu, sorgt das natürlich dafür, dass das Geld immer teurer wird und dass diese Verschuldung immer schneller voranschreitet. Das Handelsblatt zitiert einen Professor für Immobilienwirtschaft, der sagt, circa 20 bis 30 Prozent der kleinen bis mittelständischen Projektentwicklungsunternehmen werden vorerst vom Markt verschwinden. Also eine Konsolidierung von fast einem Drittel des gesamten Immobilienmarktes. Und der Auslöser könnte gerade in China mit Evergrande und Country Garden gezündet worden sein. Nehmt euch also in Acht als Immobilieninvestoren. Privaten Immobilienbesitzern, die ihr Eigenheim abbezahlt haben und es für sich zum Wohnen oder zum Wohnraum nutzen, würde ich anraten, die Füße stillzuhalten und denjenigen ohne Zinsfestschreibung, denen werde ich ein weiteres Video widmen, denn das ist ein spannendes Thema. Darüber spreche ich vor allem nochmal ausgiebig in der Kettner Gold Night am 23. August um 19 Uhr, also kommenden Mittwoch. Melde dich dazu jetzt gerne an. Mit Max Otte habe ich über den Umbruch unserer Weltordnung gesprochen, die ja derzeit wirklich für jeden sichtbar wird. In diesem Video kannst du dir seine Meinung anschauen, Professor Dr. Otte. Ich schätze seine Meinung sehr. Bis zum nächsten Video. Schönes Wochenende für euch. Bis bald.